Hallo, schön, dass du da bist, hier beim Podcast Happy, Holy & Confident, dein Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und ich freue mich so sehr, dass du gerade hier bist und wir Zeit miteinander verbringen können. Und in dieser Folge wartet etwas ganz besonders Schönes auf dich, und zwar eine Gehmeditation, die ich für dich aufgenommen habe, um dich mit deiner Energie zu verbinden, um dich mit der Natur zu verbinden, um deine Schwingung anzuheben, um in Vertrauen zu kommen, um dich wirklich mit dieser positiven Kraft, mit deinem Urvertrauen wieder zu verbinden. Und diese Meditation ist als Gehmeditation gedacht. Das bedeutet, du hörst dir am besten an, während du spazieren gehst, denn wir alle sind ja gerade im Lockdown und sind zu Hause, können aber ja draußen spazieren gehen, in den Wald gehen oder irgendwie draußen vielleicht Sport machen, joggen gehen. Und die Idee ist, dass du dir diese Folge anhörst, während du spazieren gehst. Es ist wirklich gedacht, dass es eine Gehmeditation als Power Talk ist, die du dir jetzt gönnen kannst, um wirklich in Bewegung zu kommen und dich in der Bewegung mit deiner Energie, mit deinem Spirit zu verbinden. Und ich wünsche dir unfassbar viel Freude mit dieser Gehmeditation. Und als kleine Randnotiz, bevor es jetzt gleich losgeht, nur damit du dich nicht wunderst, ich lebe ja gerade auf Maui, ich bin noch auf Maui in Hawaii und in unserem Garten leben ganz viele freilebende Hühner. Unter anderem wohnen hier auch drei Hähne und die krähen immer ganz laut. Und es kann sein, dass du immer mal zwischendurch den Hahn hörst, weil ich bin ja auch zu Hause, ich kann hier nicht weg, ich kann irgendwo anders den Podcast aufnehmen. Und deswegen ist manchmal als Special Effect ein Hahn in diese Meditation eingebaut. Nur, dass du dich da nicht wunderst. Wenn du den Hahn hörst, ich weiß gar nicht, ob man es hört über das Mikro, aber falls man es hört, falls du es hörst, lass dich davon nicht ablenken, sondern stell dir einfach vor, wie dieser Hahn Teil deiner Natur gerade ist, Teil deines Spaziergangs ist. Und es ist, wie es ist. Es gehört einfach dazu. Und nur, dass du dich da nicht wunderst, dass du dich da nicht rausbringen lässt, falls man ihn überhaupt hört. Ich weiß es nicht, aber das wollte ich dir nur noch sagen. Und genau, jetzt würde ich vorschlagen, dass du dir deine Schuhe anziehst. Falls es kalt bei dir ist, zieh dir eine Jacke an und dann mach dich ready. Und wenn du soweit bist und bereit bist für unsere Gehmeditation als Power Talk, dann drück einfach wieder auf Play und dann gehen wir zwei gemeinsam spazieren. Ich freue mich drauf. Bis gleich. Schön, dass du da bist hier bei deiner Gehmeditation und wir gehen jetzt gemeinsam los. Ich erlaube dir hier ganz entspannt loszulaufen. Spüre deine Füße auf der Erde. Spüre, wie du dich über deine Füße mit der Erde verbindest. Spüre, wie du dich die Erde hier trägt und wie du mit jedem Schritt hier mehr und mehr, mehr und mehr bei dir ankommst. Nimm bewusst das Licht um dich herum wahr. Nimm die Temperatur wahr. Nimm die Farben wahr, die du um dich herum sehen kannst. Atme hier tief durch die Nase ein, durch den Mund aus. Atme tief ein, tief aus. Und jetzt atme hier in deinem eigenen Tempo weiter. Tief ein, tief aus. Und nimm wahr, wie mit jedem Einatmen du alles, was im Außen ist, einatmest, das Universum ein Teil von dir wird. Und du beim Ausatmen alles loslässt und alles von dir, dein Atem, ein Teil von allem im Außen wird. Wie du ein Teil des Universums wirst. Und nimm hier wahr, wie du über deinen Atem wie einen Tanz hast mit dem Universum zusammen, mit der äußeren Welt. Und du atmest ein. Das Universum wird ein Teil von dir. Du atmest aus. Du wirst ein Teil des Universums. Alles ist hier miteinander verbunden. Du bist ein Teil von allem. Alles ist ein Teil von dir. Und dann geh hier in deinem ganz eigenen, entspannten Tempo spazieren. Spüre die Natur. Verbinde dich hier ganz bewusst mit dieser Schönheit, die um dich herum ist. Stell dir vor, wie du jetzt bei diesem Spaziergang mit deinem Herzen sehen kannst. Dass du hier jetzt plötzlich all diese wunderschöne Natur um dich herum entdeckst. Dass du die Energie der Natur um dich wahrnehmen kannst. Und mit jedem Schritt, den du gehst, verbindest du dich mehr und mehr mit dir selbst. Mit deiner Natur, mit deinem Spirit. Atme ein. Atme aus. Spüre dich hier. Spüre deinen Herzschlag. Und verbinde dich mit dir selbst. Und wiederhole jetzt hier für dich die folgenden Affirmationen. Ich bin sicher. Ich bin geborgen. Ich bin gesund. Ich bin geliebt. Ich bin ein Teil von allem. Und alles ist ein Teil von mir. Mit jedem Schritt, den ich gehe, verbinde ich mich mehr und mehr mit mir selbst. Ich liebe dieses Leben. Ich liebe dieses Leben. Ich öffne mich für all die Wunder, die um mich herum sind. Ich bin so dankbar für all die Fülle in meinem Leben. Ich bin so dankbar für die Fülle in dieser Natur. Ich bin so dankbar für mein Leben. Danke. Danke, dass ich leben darf. Danke, dass ich diese Erfahrung des Menschseins machen darf. Das fühlt sich so gut an. Ich liebe dieses Leben. Und ich mache diesen Tag heute zu meinem bisher besten Tag. Ich bin verbunden mit mir. Ich bin verbunden mit meiner Power. Ich erlaube der göttlichen Energie, durch mich hindurch zu fließen. Danke, danke, danke. Ich erlaube all der universellen Liebe, durch mich hindurch zu fließen. Ich öffne mich für die Schönheit, die mein Leben für mich bereithält. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin geborgen. Ich bin geliebt. Ich bin beschützt. Ich bin ein Teil von allem und alles ist ein Teil von mir. Ich liebe dieses Leben. Mein Leben ist unendlich wertvoll. Und keinen Tag länger werde ich mein Leben verschwenden. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier, um zu leben. Ich bin hier, um wahrhaft zu leben. Ich liebe mein Leben. Ich liebe mein Leben. Dieses Leben ist so wertvoll. Alles um mich herum ist so wertvoll. Atme hier tief ein, tief aus. Und dann bleibe hier für einen Moment stehen. Schließe deine Augen. Atme ein. Atme aus. Spüre deine Füße auf dem Boden. Nimm vielleicht die Geräusche, um dich herum, wahr. Und dann spüre einmal die Kraft, die Power und die Liebe, die von der Erde zu dir strömt. Stell dir vor, wie jetzt über deine Fußsohlen die Kraft, die Liebe und die Geborgenheit der Erde über deine Fußsohlen in deine Füße strömt und nach oben durch deinen Körper strömt, und in dein Herz und von dir in deinen gesamten Körper, wie sich jetzt alles in dir verbindet mit Mutter Erde, mit unserem Heimatplaneten, mit unserem Zuhause. Verbinde dich hier mit Mutter Erde, mit all der Liebe, die sie für dich hat, mit all der Geborgenheit, die sie für dich hat. Werde hier eins mit der Erde. Werde hier eins mit der Schönheit, der Kraft, der Energie, von diesem wunderschönen Planeten, deinem Zuhause. Denn erlaube dieser Erdenergie, dieser heilenden Erdenergie durch dich hindurch zu fließen. Atme ein, atme aus. Werde Teil von der Erde. Lass die Erde Teil von dir werden. Verbinde dich mit der Liebe der Erde, der Intelligenz der Erde. Atme ein, atme aus. Und von hier öffne deine Augen und geh jetzt weiter. Geh weiter in dieser tiefen Verbindung zu der Erde, zu all der Schönheit, die um dich herum ist, zu all der Schönheit, die in dir ist, in Verbindung zu all den Wundern, die um dich herum sind, zu all den Wundern, die in dir sind. Und mit jedem Schritt, den du jetzt gehst, weiter und weiter, kommst du mehr und mehr in Kontakt mit dir, in Kontakt mit deinem Spirit, in Kontakt mit der Liebe, die alles auf diesem Planeten durchflutet. Und stell dir vor, wie du hier zu einem Kanal bist, von dieser göttlichen, universellen Liebe, und dann wiederhole ich hier für dich die folgenden Affirmationen. Ich bin hier. Ich sehe all die Wunder um mich herum. Ich sehe all die Schönheit um mich herum. Ich bin so dankbar für diese Natur. Ich bin so dankbar für all das, was die Natur für uns bereithält. Für all die Heilung, die ich durch die Natur erfahren darf. Danke, Mutter Erde. Ich liebe dich. Danke, Mutter Erde. Ich liebe dich. Und dann spüre hier in dir die tiefe Verbindung zur Erde. Und erlaube, dass hier in dir dein Urvertrauen in dich aufblühen darf, wie eine Blume, die hier durch die Energie der Mutter Erde wachsen darf, aufblühen darf. Und wiederhole hier für dich. Ich vertraue mir. Ich vertraue dem Leben. Ich bin sicher. Ich bin geliebt. Alles ist gut. Ich finde für alles eine Lösung. Ich bin voller Dankbarkeit. Für all die Lösungen, die in mir sind. Für all die Hoffnung, die in mir ist. Niemand wird mir jemals meine Hoffnung nehmen. Ich bin hier, um zu lieben. Ich bin hier, um zu leben. Ich liebe mein Leben. Ich liebe alle Lebewesen. Möge ich glücklich sein. Möge ich glücklich sein. Möge ich mich immer sicher und geborgen fühlen. Möge ich gesund sein. Möge ich mit Liebe und Leichtigkeit durch mein Leben gehen. Und dann gehe jetzt hier mit dieser Liebe, mit dieser Leichtigkeit durch dein Leben. Mit jedem Schritt, den du gehst, stell dir vor, wie noch mehr Liebe, noch mehr Leichtigkeit, noch mehr Lebensfreude in dir aufwachen darf. wie immer mehr dein Spirit, deine innere Kraft hier aufwachen darf und sich in dir entfalten darf. Und mit jedem Schritt, den du gehst, mehr und mehr und mehr und mehr erinnerst du dich daran, wer du wirklich bist. erinnerst du dich daran, wie viel Power in dir ist. Dass du ein bebendes Herz in dir hast, das dich immer leiten und führen wird. Und wiederhole ich hier für dich, ich höre dich, mein Herz. Ich liebe dich, mein Herz. Danke, dass du mich leitest. Danke, dass du mich führst. Von jetzt an und in aller Zeit bin ich bei dir, mein Herz. Und dann stell dir vor, wie hier von deinem Herzen reine Liebe, reine Energie der Liebe, wie ein goldenes Licht durch dich hindurchströmt und wie du immer mehr und immer mehr in Kontakt kommst mit deiner unendlichen Liebe in dir. Und dass es nichts gibt, was du fürchten musst. Denn du bist geliebt. Du bist die Quelle der Liebe in dir. Atme hier tief ein, tief aus. bleib für einen Moment stehen, schließe deine Augen, atme tief ein, tief aus. Spüre deine Füße auf dem Boden. Und jetzt stell dir vor, wie dein Herz die Quelle der Liebe in dir, deine Liebe in diese Erde schickt, so als würdest du dieses weiß-goldene Licht der Liebe in die Erde hineinfließen lassen. Und so als könntest du über dein Herz diese wunderschöne Energie der Liebe, diese heilsame Kraft der Liebe in die Erde fließen lassen und dort heilen. Stell dir vor, wie von dem Punkt, wo du gerade stehst auf der Erde, jetzt unter der Erde, diese Liebe, wie eine Quelle der Liebe weiter fließt und alles eingetaucht wird in dieses wunderschöne weiß-goldene Licht und so wie ein Quellwasser sich die Liebe von dir, die du gerade in die Erde sendest, ausbreitet und an alle Menschen, an alle Lebewesen geschickt wird und wie du dich hier tief verbindest mit Mutter Erde, sie deine Liebe hier aufnimmt und sie weitergibt. Wie du hier mit deiner Liebe den Schmerz der Erde heilen kannst. Erlaube dir hier, dein Herz zu öffnen und deine Liebe in die Erde fließen zu lassen, damit sie heilen darf. Und gleichzeitig stell dir vor, dass umso mehr Liebe du gerade an die Erde fließen lässt, umso mehr Liebe fließt in dich hinein. Du bist die Quelle von Liebe. Umso mehr Liebe du gibst, umso mehr Liebe empfindest du, umso mehr wirst du selbst zu Liebe. Und dann spüre hier, wie die Erde aufatmet und wie sie sich bedankt für deine Liebe, für deine Geborgenheit. Atme hier tief ein, tief aus. Dann öffne deine Augen und geh jetzt weiter. Geh weiter und stell dir vor, wie jetzt aus deinem Herz diese Energie der Liebe, dieses wunderschöne weiß-goldene Licht nicht nur in die Erde fließt, sondern um dich herum. Stell dir vor, wie du gehst und wie du um dich herum dieses weiß-goldene Licht der Liebe aufbaust und dass dieses Licht der Liebe, dieses weiß-goldene Licht jetzt in alles fließt, was um dich herum ist. in alle Bäume, in alle Pflanzen, in alle Lebewesen, in alle Häuser, was auch immer gerade um dich herum ist. Stell dir vor, dass die Liebe aus deinem Herzen sich gerade so weit ausbreitet, dass sie wie ein wunderschönes weiß-goldenes Licht in Wellen in alles fließt, was gerade um dich herum ist. Dass du in Liebe gehst und dann geh hier einen Schritt nach dem anderen und mit jedem Schritt, den du gehst, stell dir vor, wie mehr und mehr Liebe aus deinem Herzen, mehr heilendes, weiß-goldenes Licht in alles fließt, was hier um dich herum ist. Und gleichzeitig, umso mehr du hier deine Liebe fließen lässt, umso mehr Liebe empfindest du, umso mehr Liebe fließt durch dich hindurch, umso mehr kommt jede Zelle deines Körpers, dein gesamter Energiekörper, dein gesamtes Energiefeld, in Kontakt mit dieser höchsten Schwingung der reinen Liebe, der reinen Kraft, der Geborgenheit, des Vertrauens. und immer mehr und immer mehr spürst du, wie du Liebe bist, wie jede Zelle in dir auf der Frequenz von Liebe anfängt zu schwingen und wie hier alles, was nicht auf der Frequenz von Liebe ist, von dir abfällt, wie all das transformiert wird, geheilt wird, geliebt wird, wie du hier vollkommen in deiner wunderschönen Essenz bist. Atme tief ein, tief aus, fühle dich hier, spüre deine Kraft, spüre deine Fähigkeit, dass du deine Schwingung verändern kannst, umso mehr du in Verbindung gehst mit allem, was ist. Und dann bleibe hier nochmal für einen Moment stehen, atme tief ein, tief aus und dann schließe hier nochmal deine Augen und dann stell dir jetzt vor, wie aus dem Kosmos ein wunderschönes, weiß-goldenes Licht durch deinen Kopf hindurch fließt, in dein Herz fließt und du hier jetzt vollkommen in Verbindung gehst mit der kosmischen Kraft, mit der universellen Energie, mit dem universellen Bewusstsein, mit deiner Schöpferkraft und stell dir vor, wie dieses wunderschöne weiß-goldene kosmische Licht sich jetzt mit einem Herzen verbindet und wie du jetzt hier mit Mutter Erde verbunden bist, mit dem Kosmos verbunden bist, alles in dein Herz fließt, aus deinem Herz diese Liebe nach draußen fließt, durch dich hindurch fließt und wie du hier vollkommen eingehüllt bist, in Geborgenheit und in Kraft, wie alles ein Teil von dir ist und du ein Teil von allem. Atme hier tief ein, tief aus und dann stell dir vor deinem inneren Auge vor, was du gerne in deinem Leben erschaffen möchtest. Was ist der Wunsch, den du gerade hast für dich, was du gerne erschaffen möchtest, was du vielleicht in der Welt verändern möchtest? Was ist es, wofür du hier bist? Atme tief ein, tief aus und dann stell dir vor, wie du dich jetzt in deiner Zukunft selbst spüren kannst, wie du all das, was du dir wünschst, was du verändern möchtest in dieser Welt, das, was du gerne erschaffen möchtest, wie all das bereits Realität ist. Stell dir vor, wie du bereits dieser Mensch bist, der all das lebt, der diese tiefe Verbundenheit lebt zu sich selbst, zu der Erde, zu diesem Universum, zu allem, was ist. Verbinde dich hier mit deinem Ich, das all das bereits erschaffen hat. Atme tief ein, tief aus und dann öffne deine Augen und geh hier jetzt weiter und stell dir vor, wie du jetzt gehst als dein zukünftiges Ich. Wie du dich bewegst, wie dein zukünftiges Ich, was in vollkommenem Vertrauen ist. Dein zukünftiges Ich, das weiß, dass du alles geschafft hast, alles erreicht hast und vor allen Dingen, dein zukünftiges Ich, das so vollkommen in Einklang ist mit sich selbst, mit allen Lebewesen, mit unserer Erde. Dein zukünftiges Ich, was so powerful ist, so wunderschön, so geliebt, reiner Ausdruck von Liebe und Geborgenheit, Schöpferkraft. Gehe hier in dieser Emotion, in diesem Gefühl, in diesem Bewusstsein mit jedem Schritt mehr und mehr und mehr und mehr verbinde dich hier mit dem, was dein Leben für dich bereithält und wiederhole hier für dich die Affirmation, ich bin bereit. Ich bin hier. Ich bin die Schöpferin meines Lebens. Ich bin der Schöpfer meines Lebens. Ich liebe. Ich lasse alles los, was mich zurückgehalten hat und mit jedem Schritt stell dir vor, wie du hier leichter und leichter wirst und wie alles von dir abfallen darf und wie du mit jedem Schritt mehr und mehr und mehr mit jeder Zelle deines Körpers, mit allem Wissen in dir, mit deiner Schönheit verbunden wirst, mit deiner Einzigartigkeit, mit deiner Kraft. Alles ist in dir. Wiederhole hier für dich. Ich bin die Schöpferin oder der Schöpfer meines Lebens. Nichts hält mich auf. Ich bin hier, um zu lieben und ich liebe mein Leben. Ich bin so dankbar für dieses Leben und ich werde dieses Leben leben. ich bin hier. Ich liebe dieses Leben. Danke. Atme hier tief ein, tief aus. Bleibe nochmal für einen Moment stehen. schließe deine Augen schließe deine Augen und spüre dich in der Verbindung zu dir selbst. Spüre, wie ein unerschütterlicher Spirit durch dich hindurch fließt, wie in dir die Quelle zur unendlichen Liebe ist, zur Geborgenheit, dass du sicher und geborgen bist, dass du ein Teil dieser Natur bist, diese Natur ein Teil von dir, dass du geführt und geleitet bist. alles ist gut. Du bist geliebt. Atme tief ein, tief aus und wenn du soweit bist, dann öffne deine Augen. Und ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag in dieser tiefen Verbundenheit zu dir, zu der Quelle der Liebe in dir, zur Natur, zu allem, was ist. Danke für diesen wunderschönen Spaziergang, den wir gemeinsam machen durften. Und ich würde mich unendlich freuen, wenn du bei mir bei Instagram vorbeischaust, addlaura-malina-seiler, mir deine Gedanken da lässt zu dieser G-Meditation, mir vielleicht ein Foto gerade schickst in deiner Story mich verlinkst und mir zeigst, wo du gerade bist, wo du die G-Meditation gehört hast, wie es dir geht, deinen Strahlen schickst und danke, dass es dich gibt und wenn du möchtest, teile diese G-Meditation natürlich mit allen Menschen, die du kennst und ich denke an dich und wir bekommen das alles zusammen hin. Es ist so schön, dass es dich gibt. Rock on und Namaste, deine Laura. Maria. Tschüss. Danke,